Spiel weiter, wir suchen nachher. Wow! 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 Okay, damit hat er noch nichts gegeben. Egal. Das ist ganz okay, wir können ja gerne noch an die Runde. Ja, das ist gut. 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 Ja. Ja, das ist gut. 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 Oh Gott! Machina, Fussball! Oh ja! 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 Wie viel hier angekommen ist, jetzt kommen wir auch nicht. Lernen! Ja! 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 So, hier Dirk gegen unseren Italiener, der am Tisch sitzt. Der hat so einen komplizierten Namen, den kann ich leider nicht ausbrechen. Giulio machen wir auch gar nicht mehr. Giulio Guieri oder so. Ich mag einfach Chiamo. Stimmt, ich war für dich. Gualtero. Gualtero? Gualtero. Der Vorname? Gualtero? Aber was nennen die mich alle? Lello. Lello. Gualtero? Siren? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020